Wien hast du im Himmel gesehen? Also, da waren Jesus und Maria. Wenn ich heute gefragt werde, wie viele Kinder ich habe, sage ich vier. Eines im Himmel und drei hier auf der Erde. Colton weiß auch, dass es Menschen gibt, die nicht glauben. Aber wir wissen, was wir glauben und was die Bibel sagt. Als Dr. O'Holloran mich operiert hat, da konnte ich sehen und er erzählte mir ganz genau, wie ich in dem kleinen Raum war, wo ich betete. Und was seine Mutter zu der Zeit tat, als er im Operationssaal war. Ich habe auch meinen Urgroßvater gesehen und meine Schwester, die schon dort ist, weil sie bei der Fehlgeburt gestorben ist. Das war einer der größten Schocks in dieser Geschichte. Ich sehe noch, wie dieser kleine Junge vor seiner Mutter stand und sagte, bei dir ist ein Baby gestorben. Und Colton hat mir alles sehr gut erklärt. Er hat meine Fragen beantwortet. Dabei ist eine Wunde geheilt. Wir haben zwar ein Baby verloren, aber es geht ihr gut und sie wartet sehnsüchtig auf uns. Ich habe nur Angst, dass meine Freunde oder Menschen, die ich kenne, nicht an den gleichen Ort kommen, an dem ich war. Manchmal werden wir gefragt, könnt ihr das erklären? Und die Antwort ist, nein. Gottes Liebe ist schwer zu beschreiben, weil er uns so sehr liebt. Es ist irgendwie unbeschreiblich, wie sehr er uns liebt. bateig ist musst du Gott. kuin sie einschchainig, wie sehr... darauf b wardrobe learning. fiance commandments ㅋㅋㅋㅋ wie sehr ein Herrs river Rodriguez, ich weiß es mužde mich unser Haben, und sie alle packen. Vielen Dank.